Hey was geht meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu ein kleines saftiges Video, ich hoffe euch geht's gut. Heute erkläre ich euch mal ganz ganz einfach schnell leveln können, denkt dran und so höher und so länger dauert das bei euch. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal komplett gleich anfangen. Und zwar gibt es hier überall diese Pflanzen wieder. Kleiner Tipp wie immer, nutzten aus, solange das funktioniert, es gibt hier zwei Methoden. Die erste Methode ist Konstantin Kollege, zweite Methode ist Solo, dauert aber viel viel länger, aber ihr seid nicht abhängig. Was ihr machen möchtet, könnt ihr selbst entscheiden. Gut, wenn ihr das mit einem Kollegen machen möchtet und ich habe keine Freunde am Start, dann addet euch gegenseitig in die Kommentare oder auf meinen Discord Server, Link in die Videobeschreibung. So, also es gibt hier überall diese Pflanzen, ungefähr hier zum Beispiel, dann hier auf dieser Insel, wo man überall sie finden kann, tue ich in die Videobeschreibung für euch was verlinken. So, wir brauchen jetzt einen Kollegen, am besten eine geschlossene Freundesitzung. Eine Sitzung, zweitens geht ihr auf Online, Option und auf Spielsuche macht ihr auf geschlossene. Gut, geht direkt davor. Euer Kollege muss einen Job reingehen, egal welchen Job. Oben links kommt das Menü. Wir drücken jetzt einmal Pause, gehen auf Freunde, zack, spiebeidreden. Und zwar, falterst nach rechts einmal, wartet hier ungefähr 30 Sekunden und klickt dann X. Ihr seht gleich, der Hintergrund tut sich gleich verändern. Zack, perfekt, jetzt Kreis, raus, spawnt jetzt zufällig als Tier, dann einfach mal ein Kollege wieder beitreten und zack, die Pflanze ist wieder da. Zack, die Pflanze ist bei mir jetzt nicht mehr da, ich sehe gerade, und zwar gehe ich jetzt einfach weg und da ist es schon wieder. Ja, und das gleiche Spiel wieder, hingehen. So, Pause Menü, auf Freunde. X, fahrt das nach rechts, wartet, X. Leute, das war's, im Prinzip, wenn ihr Bock habt, lasst hier ein Like da, abonniert den Kanal, ich würde sagen, ich bin raus, wir sehen uns, wie gesagt, kommt sehr, sehr gerne auf meinen Discord-Server rein, bis dann, haut rein, bis dann, tschüss. Und das war's. Und das war's. Vielen Dank.